Wenn Musik in Ordnung ist, soweit, dann starte ich jetzt ein neues Spiel. Kling! Eine Charles-Cécile-Produktion, Barfumels Flur und The Director's Cut. Warum schreiben die dann The Director's Cut drunter, wenn sie es schon auf Deutsch oben schreiben? Das frage ich mich immer. Und ja, wir sind im Comic-Stil. Pixel-Art und Comic-Stil. Gemischt. Und ich glaube, die Synchronstimme, die wir jetzt gerade gehört haben, die von Nicole Collard kommt, die hier über mir zu sehen ist auch. Allerdings ist das die Nicole Collard in Teil 5. Und wir sehen gleich Nicole Collard aus dem ersten Teil. Ein Director's Cut ist schon ein bisschen nachbearbeitet worden bei den Grafiken, insbesondere bei den Dialegen. Also zu Hause gerade in der Badewanne, als mein Verleger anruft. Collard, schwing deinen Hintern rüber zum Palais Royal. Sofort. Du musst jemanden interviewen. Und zwar Pierre Cachon. Ja genau, den Pierre Cachon. Keine Fotos, also lass deine Knipse zu Haus. Er hat selbst nach dir verlangt, ausdrücklich. Frag mich nicht warum. Egal, könnte eine große Sache sein. Also, wenn er dich anbaggert, nicht vergessen. Immer lächeln, Ja sagen und weiter mitschreiben. Coole Fusenwo, muss ich sagen. Ah, der sieht schon so böse aus. Also, der Palast des Medienkönigs und der Eiskönigin. Ich hasse Klaus. Ich kenne und setze damit eine Kette von Ereignissen in Gang, die mein Leben von Grund auf ändert. Ja, was gibt es? Madame, mein Name ist Nicole Collard. Ich bin verabredet mit Monsieur Cachon. Hallo, ja. Herzlich willkommen. Madame Cachon, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ja, natürlich. Die Eiskönigin wird ihrem Ruf auf jeden Fall gerecht. Ja. Ich finde das ganz witzig, dass die, ähm, in dem Directors Cut die Ereignissen... Werden Sie, Bernou, Interview dabei sein? Mademoiselle, ich weiß nur wenig über die Geschäfte meines Mannes. Und es interessiert mich noch weniger. Ich habe definitiv kein Verlangen zuzusehen, wie er noch eine hübsche kleine Journalistin begrapscht. Hübsch? Das ist zu freundlich von Ihnen, Madame. Oh, oh. Ah, die begabte und ausgesprochen schöne Mademoiselle Collard. Ich freue mich, Sie endlich kennenzulernen. Monsieur Cachon, es ist mir eine Ehre. Oh ja, das glaube ich gerne. Nennen Sie mich doch Pierre. Bitte. Das war keine Schmeichelei gerade. Ich war ein Freund Ihres Vaters. Er war ein großer Mann. Mein Vater? Aber er hat nie erwähnt. Wir standen uns sehr nah. Und dann sein Tod. So tragisch. Ich muss... Imelda, deine verdammte Katze ist schon wieder in meinem Büro. Nach einer Ming-Vase zum Teufel nehme ich an. Entschuldigen Sie mich für einen Moment, meine Liebste. Ihr Journalistinnen werdet auch jedes Jahr jünger. Vielleicht wird nur der Rest der Welt immer älter, Madame. Das war aber keine Katze. Ich sag dir doch, ich hasse Clowns. Was? Monsieur Cachon. Oh! Oh! Oh, das hat aber geklatscht. Er ist tot. Ich muss die Polizei rufen. Sie sollten lieber hierbleiben. Da war ein Mann. Es war dieser Pantomime. Glauben Sie er... Naja, ich schätze, Selbstmord können wir mal ausschließen, oder? Sie ist aber sarkastisch. Kein Wunder, dass man sie die Eiskönigin nennt. Sie wäre sofort die Nummer 1 auf meiner Verdächtigenliste. Wenn ich den Angreifer nicht selbst gesehen hätte. Und wenn mir nicht schon früher ein paar genau solcher Morde untergekommen wären. Einer der wichtigsten Männer Europas ermordet. Und hier stehe ich. Nico Collar. Alleine am Tatort. Soll ich auf die Polizei warten? Oder den Fall selbst untersuchen? Gute Idee. Die Antwort ist wohl klar. Ja. Sonst wären wir nicht hier. Oh, und da ist unser wunderbares Inventar hier unten. Ziehe den Mauszeiger über den Bildschirm, um interessante Stellen zu finden, sogenannte Hotspots. Erkennbar an einem blauen Kreis. Wenn du den Mauszeiger über einen Gegenstand bewegst, mit dem du etwas tun kannst, erscheinen die Symbole der Handlung, die du hier vornehmen kannst. Drücke die linke Maustaste, um die Handlung zu bestätigen. Klicke auf die Aktentasche, um dein Gepäck zu öffnen und die Gegenstände zu betrachten, die du dabei hast. Das Tagebuch-Symbol öffnet das Tagebuch. Mit dem Fragezeichen bekommst du Tipps zu Rätseln und Hilfe zur Steuerung. Und der Schraubenschlüssel führt zum Speichern und Laden von Spielständen zu den Einstellungen. All diese Symbole findest du unten auf dem Bildschirm. Aha! Nee! Ist doch nicht wahr. Ja, das mit den rauchenden Stimmen ist mir auch aufgefallen. Allerdings liebe ich ihre rauchende Stimme, denn das ist die Synchronsprecherin von der Dana Scully aus Akte X und meine Herren, habe ich diese Serie gesuchtet, als ich Teenager war. So lange ist das schon her, dass ich Teenager war. Gut, okay. Ich habe das übrigens mal, als es total günstig war, mir fürs iPad gekauft und ich sage euch, das mit den Fingern hier, alles zu finden, das war echt ein Drama. Wirklich ätzend. Okay, wir wissen, es ist jemand durch die Scheibe gekommen. Komm, ich gucke da mal direkt. Der Mörder ist wieder der Gärtner. Du spoilerst doch schon wieder Drehwerk. Ein kleines, rundes Glasstück ist aus der Scheibe herausgeschnitten worden. Das war die Arbeit eines Profis. Mhm. Können wir uns das näher angucken? Ich will mich nicht schneiden und Blutspuren am Glas hinterlassen. Oh nein! Mag sein, dass ich da altmodisch bin, aber ich behalte meine DNA lieber für mich. Der Witz, der Witz in diesem Spiel ist der Hammer. Können wir rausgehen. Ich muss allerdings sagen, dass ich nicht mal mehr weiß, was das Setting ist, denn ich habe das Spiel gespielt. Der Mörder muss die Leiter benutzt haben, um an das Fenster ranzukommen. Er ist schon lange weg. Wahrscheinlich hat er die Leiter zusammengeklappt, in die Tasche gesteckt und mitgenommen. So war es aber auch. Ich habe das Spiel nämlich gespielt, als es rauskam, also 1996 und seitdem nicht mehr. Was haben wir denn da? Eine Büste von Pierre Carchon, dem bescheidenen Diener der Grande Nation. Okay, dann kommen wir mal zu ihm. Pantomimen und Schusswaffen passen normalerweise nicht zusammen. Aber irgendetwas sagt mir, dass dies kein normaler Pantomime ist. Das ist doch gut, wenn man den Mördern so seinen eigenen Stempel aufdrücken kann. Das war ja bei Jack the Ripper auch so. Nee, da gab es keine iPads. Ich habe auch nicht dieses hier auf dem iPad gespielt. Ich habe jetzt das aktuellste, Baphomets Fluch 5, auf dem iPad gespielt. Ah, und noch was. Es gibt tatsächlich sogar ein Fangame von Baphomets Fluch, und zwar Baphomets Fluch 2,5. Die haben das wirklich hier an diese Geschichte, an diese Story angelegt. Ich glaube, das heißt auch die Rückkehr der Templer oder so ähnlich. Und die haben es tatsächlich sogar geschafft, die meisten Synchronsprecher hier aus diesem ersten Teil kostenlos dafür zu verpflichten. Das finde ich mal ein richtig, richtig gelungenes Fanprojekt. So, was haben wir da? Eine meiner Haarspangen. Genauer gesagt, meine Lieblingsspange. Sie muss runtergefallen sein, als ich niedergeschlagen wurde. Wo hat die denn in ihrer Frisur bitte eine Haarspange versteckt? Also hier an dem Bild fällt das schon ziemlich auf, dass sie beim Directors Cut noch mal ordentlich nachgearbeitet haben, ne? Manche Leute ekeln sich davor, Leichen nach Hinweisen zu durchsuchen. Mir macht das nichts aus. Erinnert mich an einen früheren Freund. Was? Um Valia, dich gab es noch nicht, als das Spiel rauskam? Ja, das kann sein. Meine jüngste Schwester gab es da auch erst zwei Jahre. In seiner Tasche steckt eine Fahrkarte mit dem Aufdruck Bateau de la Conciergerie. Als ich die Fahrkarte an mich nehme, erfülle ich den Tatbestand der Unterschlagung von Beweismitteln. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Wir haben Beweismittel unterschlagen. Carchon wurde erschossen. Carchon wurde erschossen. Oh, das kann sie immer wieder sagen. Carchon wurde erschossen. Sehr schön. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Das weiß ich noch. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Ich schließe seine Augen. Das Mindeste, was ich für den armen Kerl tun kann. Was wollen wir machen? Lassen wir die auf oder zu? Ich öffne seine Augen lieber. Ich öffne seine Augen lieber. Ich sollte den Tatort unverändert lassen. Ich glaube, ich lasse den Tatort unverändert, oder? Was meint ihr? So. Sonst gibt es hier nichts Interessantes mehr. Okay, gehen wir zurück. Wir haben ihn sogar wieder zugedeckt. Sehr schön. So, was haben wir hier? Das Regal ist voller obskurer Erstausgaben. Genau. Der Blinzel, der lebt noch. Dann war noch eine Büste von ihm, oder? Schon wieder Pierre Carchon. Seine Augen scheinen jeder meiner Bewegungen zu folgen. Gespenstisch. Dann ist es ja gut, dass wir die Augen offen gelassen haben. Würde ich mal sagen. Die Polizei kann jede Minute hier sein. Irgendwo hier sind Hinweise auf einen Mörder versteckt. Und ich muss sie finden. Hm. Ich weiß gar nicht mehr, ob es eine Taste gibt, wo man... Ein Louis-Katorstisch mit einer antiken Spitzendecke. Diese E-Mail da hat Geschmack. Naja, mit einem so stinkreichen Gatten ist das ja auch leicht. Hm, das stimmt allerdings. Was ich mir alles kaufen könnte, wenn ich stinkreich wäre. Ich schätze, die Decke könnte ganz hilfreich sein. Das ist ein Kreuz draufgestickt, ne? Jetzt haben wir hier... Nicht mal mit dem Fingernagel komme ich in ein so winziges Loch. Oh, wie gut, dass wir eine Haarspange dabei haben. Um ein Gegenstand auf dem Bildschirm zu benutzen, klicke ihn an und halte die Maustaste gedrückt. Zieh ihn dann bei gedrückter Taste über einen Hotspot und lass los, sobald eine goldene Umrandung erscheint. So, jetzt müssen wir nur noch Zielen üben. Warte. Hotspot! Klick! Aha, Nico, du bist einfach verflucht gut in solchen Sachen. Mia wird eine Menge kaufen für ihre Katzen, wenn sie stinkreich wäre. Okay? Ja, das auch. Einen riesengroßen Spiel- und Kratzbaum. Statt die Melder zu trösten, durchforste ich ihre Wohnung. Warum? Weil hier irgendwas im Busch ist und ich ein paar Antworten finden muss, bevor die Bullen hier sind. Und außerdem war sie ziemlich unhöflich zu mir. Also hat sie es sich selbst zuzuschreiben. Genau. Das ist schlechtes Karma, ganz einfach. So ein Kratzbaum aus Naturstein. Aber das werde ich ihr bestimmt nicht sagen. Das wäre cool. Ein Katzenzimmer, okay. Gut, ich muss erst ein Kinderzimmer dann einräumen. Eine Tube Acrylfarbe im Farbton Französisch Ultramarin. Genau die Farbe, die ich für mein Badezimmer suche. Es tut mir leid, ich muss gehen. Jemand ist... Junge Dame, was genau tun Sie da eigentlich? Ähm, diese Farbe... Das ist meine Lieblingsfarbe. Meine Güte, dann behalten Sie das Zeug von mir aus. Sie braucht es noch. Sie weiß nur nicht wofür. Aber wir können ja mal mit ihr sprechen. Vielleicht taut sie ja jetzt auf. Verzeihen Sie, Madame. Ja? Ah, okay. Wir können jetzt mit ihr über diese Themen hier oben reden. Und wir können auch mit ihr über die Dinge reden, die wir im Inventar haben. Zum Beispiel können wir ihr unsere Haarspange zeigen. Möchten Sie vielleicht mal meine Lieblingshaarklammer sehen? Was für eine alberne Frage. Natürlich nicht. Naja, dann vielleicht ein anderes Mal. So, was haben wir denn noch? Das Spitzendeck. Eigentlich will ich ihr die Sachen nicht zeigen. Hinterher sagt sie, ich soll es zurücklegen. Und dabei brauche ich es vielleicht noch. Dann rede ich erst mal über ihren Mann. Es tut mir leid wegen Ihres Verlustes, Madame. Nein, tut es nicht. Sie sind Journalistin. Journalisten tut nie etwas leid. Das stimmt nicht. Wir werden ja sehen. Woher kannte Ihr Mann meinen Vater? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Sie kannten ihn nicht? Pierre Collard? Pierre kannte eine Menge Leute, von denen ich nie gehört habe. Vor allem natürlich Frauen. Okay, Ihr Verhältnis zu Ihrem Mann war jetzt nicht das Allerbeste. Warum kann ich Sie nochmal nach Ihrem Mann fragen? Warum wollte Ihr Mann mich sehen? Was wollte er mit mir besprechen? Ich habe keine Ahnung. Seine Geschäfte waren seine Sache. Hat er Ihnen nie etwas erzählt? Nein. Und offen gesagt war es mir auch lieber so. Warum sollte ein Pantomime Ihren Mann umbringen? Pierre hatte viele Feinde. Allen voran schon mal die Hälfte aller Pariser Ehemänner. Das ist ein ziemlicher Coup für Sie, was? Ich nehme an, Sie formulieren im Geiste schon die Schlagzeile. Hören Sie, nur weil ich Journalistin bin... Erzählen Sie mir doch nichts. Ihr seid doch alle aus dem gleichen Holz geschnitzt. Haben Sie überhaupt sowas wie ein Gewissen? Oh, haben wir ein Gewissen? Also eigentlich schon, oder? Sie hat sogar rote Augen. Ja, ich habe ein Gewissen. Ja, darum mache ich ja diesen Job. Quatsch, Sie wollen doch nur Ihren Namen auf der Titelseite sehen. Schön wär's. Aber in der Autorenzeile steht mein Redakteur. Ich mache nur die Drecksarbeit. Erwarten Sie jetzt aber bitte kein Mitleid, ja? Die Polizei wird bald hier sein, Madame. Soll ich vielleicht jemanden benachrichtigen? Freunde? Familie? Nein, ich habe keine Verwandten. Pierre und ich waren... Er war alles, was ich hatte. Nicht gerade viel, was? Die ergebene Gattin, das war meine Rolle. Aber er hat nie was erzählt. Mich nie eingeweiht. Ich weiß nur eines sicher, Madame. Was? Wenn Sie herausfinden wollen, wer Ihren Mann umgebracht hat, dann lassen Sie mich das ermitteln. Nicht die Polizei. Warum? Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Weil ich kann das viel besser. Hallo, außerdem, ich bin so arschfreundlich zu der, ja? Und die ist immer noch total abweisend. Okay, wir spielen guter Kopf. Ihr Mann hat mich heute hierher eingeladen, weil er mich brauchte. Ich glaube, er wusste, dass ihn jemand ermorden wollte. Und er wusste auch, dass ich ihm helfen könnte. Ich bezweifle, dass er es auf Ihre gut gebaute Datenbank abgesehen hatte. Sie irren sich. Ich bin sicher, ich war seinem Mörder bereits auf der Spur. Bitte. Sie schulden es ihm. Also, ich weiß nicht... Alles, was ich brauche, sind ein paar Minuten, in denen ich mich in Ruhe umsehen kann, bevor die Polizei eintrudelt. Sie haben wirklich ein Gewissen, oder? Ja, wirklich. Ich vertraue so wenigen Menschen. Und vielleicht glaubte Pierre wirklich, dass sie ihm helfen könnten. Was ihn natürlich nicht davon abgehalten hätte, sie trotzdem zu verführen. Hier, nehmen Sie das. Das ist der Schlüssel zum Salon. Neben der Bibliothek am Ende des Flurs. Das war Piers Zimmer. Ich bin selten da reingegangen. Ich konnte einfach nicht. Ich hatte zu viel Angst davor, was ich da finden könnte. Was? Ach du Schande, da wäre ich viel zu neugierig für. Ich verspreche Ihnen, Sie werden es nicht bereuen. Gut gebaute Datenbank ist echt geil, ne? Das muss ich mir merken. Das sind so Sprüche, die muss man sich einfach merken. Okay, äh... Ging's da raus, oder? Ganz raus, ne? Soll ich schon gehen? Nein. Nein, nein, nein. Alles gut. Ach, das Telefon können wir vielleicht nochmal. Vielleicht kann ich mal eben mit meinem Redakteur reden. Es gibt niemanden, den ich anrufen will. Schade. Nicht, bevor ich diesen Fall gelöst habe. Sex-Torture-Torture-D... Oh, mein Gott. Torture-Dungeon. Was ist denn das? Wortkombination. Genau, er hatte seinen eigenen Dungeon-Keeper-Dungeon. Nicht besonders schnell, die Dame. Ich glaube, es gibt keinen Augenblick in diesem Spiel, wo wir mal rennen müssten. Okay, wir haben hier einen kleinen Schlüssel. Und... Und... Ich find die Frisur cool. Da kommen wir der Sache doch schon näher. Ich würde ja auch so gerne Kurzhaarfrisuren tragen können. Sieht aber bei mir echt blöd aus. Aha. So, was haben wir hier? Licht. Ich brauche kein Licht anzumachen. Es ist schon hell genug. Ach so. Okay. Das Gemälde zeigt die Carchance zusammen. Verliebt. Wie der Dichter schon sagt, die Vergangenheit ist ein anderes Land. Oder habe ich das in einem Glückskeks gelesen? Fifty Shades of Ultramarine, ja. Deswegen hat sie das an sich genommen. Okay. Was haben wir denn da? Es gibt ein ganz leises Klicken. Klick. Und jetzt? Es hat geklickt. Ach, ich wollte mir ein... Hinter dem Bild ist ein Safe. Oh, ich glaube, ich bin den Sachen schon auf der Spur hier. So, rein damit. Was ist das? Im Safe liegt eine Art... Artefakt. Seine Oberfläche ist mit Symbolen bedeckt. Sieht aus wie die Druckwalzen, die ich im Kunstunterricht hergestellt habe. Wenn ich irgendwas über Symbole gelernt habe, dann das. Sie sind immer wichtig. Aber diese in den Stein geritzten Symbole sind unmöglich zu entziffern. Ich muss sie irgendwie ausdrucken. Zumindest ist der Stein rund. Aber was könnte ich als Druckerschwärze verwenden? Und worauf kann ich drucken? Klar, das nennt man Clown. Aber ich weiß, dass Imelda keine Ahnung von dem Artefakt hat. Und Carchant ist es inzwischen egal. Sie hat richtig Skrupel. Sie hat richtig Skrupel. Ist ja nett. Das finde ich, macht sie sehr sympathisch. Man kauft ihr die gewissenhafte Journalistin tatsächlich ab. Eigentlich wollte ich mir nochmal das Bild hier mit den Carchants angucken. Und du hast natürlich recht, dass die sehr romantisch da mit den Knarren und den Jagdhunden stehen. Schimmel-Baguette. Ja, sieht ein bisschen so aus. Diesmal ohne Bälle zählen. Wie angenehm. Ja, ne? Ich muss auch sagen, ich finde es gerade sehr angenehm. Du wartest auf das zweistündige Lachen. Naja, nur zwei Stunden. Da bist aber... Da kommst du nicht ran. Die Tussi hat mehr als zwei Stunden gelacht. Ich glaube, wir haben da... Jetzt ist nicht die richtige Zeit, um mich auf das Sofa zu legen und meine Marie-Antoinette-Nummer abzuziehen. Auch wenn die auf Partys immer ganz toll ankommt. Besonders bei schwulen Jungs. Frag mich nicht, warum. Das weiß ich auch nicht. Ich hatte übrigens auch ein paar schwule Freunde in meiner Teenager-Zeit. Wie zu erwarten war es, doch der Schreibtisch eine unbezahlbare Antiquität. Gäh. Das Löschpapier und das Eingangskästchen sind mit mathematischer Präzision ausgerichtet. Wenn ich sowas sehe, dann bin ich immer geneigt, etwas so ein bisschen zu verschieben. Nur so ein bisschen. So ein bisschen Amelie-mäßig. Nehmen wir den Elefanten. Mein Herzschlag setzt für einen Moment aus. Es ist ein geschnitzter Elefant. Aber nicht irgendein geschnitzter Elefant, sondern... Ich weiß, wer ihn geschnitzt hat. Mein Vater. Ich bin sicher. Denn in meiner Wohnung steht das exakte Zwillingsstück, das mein Vater in eine Schatulle geschnitzt hat. Also kannte Karchant meinen Vater. Sie müssen wirklich befreundet gewesen sein. Ich beschließe, den geschnitzten Elefanten mitzunehmen. Ganz offensichtlich bedeutet er ihm da nichts. Genau, die hat ja auch was ganz anderes hier erwartet. Okay. Können wir jetzt einfach alles nehmen? Ich brauche kein Blatt Löschpapier. Zumindest kein leeres. Okay, aber wenn er Löschpapier hat, dann hat er auch Tinte irgendwo. Ich will das Kästchen nicht mitnehmen. Aber ich weiß, was ich damit anfangen kann. Sie könnte es ja nehmen. Dann nimm es doch. Ich will das Kästchen... Na, ist ja okay. Dann darf es da halt stehen bleiben. Okay, was haben wir denn sonst noch hier? Noch ein Zimmer. Bis zum nächsten Mal. Und es ist, کی JA Hubungahawy. Und lange f Michelle. Ich bauche. ungen. Nein. Und dann.